Warum du jetzt unbedingt anfangen solltest, Werbung auf Facebook zu schalten. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Nick und hier dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video möchte ich darüber sprechen, warum genau jetzt der perfekte Zeitpunkt dazu ist, Werbung auf Facebook zu schalten und warum du es unbedingt lernen solltest. Als allererstes, ich hoffe natürlich für dich, du hattest das Privileg gehabt, dir in meiner Impact in Income Gruppe die 67 Tage Wachstumschallenge anzusehen. Ich spreche dort ganz viel über Fähigkeiten und wie du sie dir aufbauen kannst. Und in einer Sache spreche ich über ein Fähigkeitenportfolio. Und ich sage eine Sache, es ist cool und schön zu wissen, wenn du weißt, wie du organisch Follower aufbaust und wie du diese Menschen dazu bringst, zu einer Community zu werden und das zu tun, was du von ihnen möchtest. Aber es ist umso besser, wenn du noch mehr Fähigkeiten hast und lernst, wie Media Buying, also Facebook Ads, Google AdWords, YouTube Ads und so weiter funktionieren. Warum? Warum? Weil vor allem in so umsatzstarken Monaten wie Dezember, der jetzt gerade vor der Haustür steht, mit Weihnachten und den ganzen anderen Feiertagen, der perfekte Zeitpunkt ist, um nochmal ordentlich einen Umsatzschub reinzuhauen in die Kassen, die Kassen klingeln zu lassen und vor allem dann einfach auch zu verstehen, wie mächtig das Tool von Facebook ist, und zwar der Werbeanzeigenmanager, wie einfach und schnell du dort Menschen erreichen kannst, wie genau du sie erreichen kannst, dass du dort keine Verpflichtungen eingehst in Form von du zahlst jetzt 1000 Euro und kriegst sie nie wieder oder musst 100.000 Euro sofort zahlen wie bei einem Werbespot für 30 Sekunden, sondern du kannst alles schalten, was du willst, wie du es willst und das sogar richtlinienkonform und das mega gut kontrollieren und kriegst extrem günstig viele Impressionen. Du kannst allein beispielsweise, wir haben mit 10.000 Euro haben wir über eine Million Menschen erreicht. Es geht natürlich auch günstiger, abhängig von den Kampagnenzielen und das sind genau die Punkte, in denen werden sich in Zukunft auch noch viele Videos hier auf diesem Kanal drehen, aber das, wenn du dazu natürlich mehr lernen möchtest, hast du die Möglichkeit, dich für einen meiner kostenlosen Online-Seminare einzutragen, die du unten findest oder eines meiner Programme anzufragen bei mir, wo es direkt da reingeht und wir dir das Schritt für Schritt beibringen. Aber viele Videos werden sich hier auf diesem Kanal auch darum drehen, aber in diesem Video ging es mir vor allem darum, dass du jetzt einfach mal anfängst, falls du es noch nicht gemacht hast, das Mindset zu entwickeln und zu verstehen. Pass auf, wir haben den umsatzstärksten Monat gerade vor uns. Wir müssen jetzt anfangen, nochmal ein Umsatzturbo reinzukriegen und organisch geht viel, definitiv, aber du kommst mittlerweile basierend darauf, dass die Algorithmen so streng geworden sind, weil so viel mehr Menschen auf diesen Plattformen sind, auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube, als es vor einem Jahr war, als es vor zwei Jahren war, als es vor drei Jahren war, als es vor vier Jahren war. Wir sind die Algorithmen strenger geworden und du erreichst organisch nicht mehr so viele Menschen, weil es so viele Menschen gibt, die jemanden erreichen möchten mit ihren Beiträgen und du deshalb wirklich exzellent sein musst, was sehr schwer ist im Vergleich zu anderen Leuten, die beispielsweise Kamerateams mit zehn Leuten haben und große Budgets. und deshalb hast du da aber die Möglichkeit, trotzdem an deine Ziele zu kommen, indem du Media Buying betreibst, indem du Werbung schaltest und das über Facebook und das ist super benutzerfreundlich, einfach zu verstehen und gut zu machen. Wenn es um hohe Budgets nachher geht, wenn es um spezielle Sachen geht, klar, da brauchst du Unterstützung, brauchst du Hilfe, brauchst du ein bisschen mehr Zeit, um das zu lernen, so wie überall anders auch, aber probiere dich doch mal aus damit, indem du einen Beitrag bewirbst und indem du anfängst, dich damit mehr auseinanderzusetzen und du findest auch ganz viele tolle Videos dazu überall auf YouTube von diversen Kollegen von mir und anderen Leuten, die einem zeigen, wie man Facebook-Werbung schaltet und wirst in Zukunft ganz, ganz viel mehr auch hier auf meinem YouTube-Kanal finden zum Thema Facebook-Ads, wie du da die Ads schaltest und meine besten Erkenntnisse. In dem Sinne, ich freue mich drauf, ich wünsche dir einen umsatzstarken Monat. Das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. Das war es von mir.